Musik Alles scheiße Früher war alles besser Ich kauf mir DLCs eigentlich nur zu Release Weil du dann die ganze Chiefs machen kannst Ohne Probleme Ja, du konntest zum Beispiel hier Diese Sache mit keinem Schaden Also nicht mehr als Rüstungsschaden am Flugzeug Was du jetzt hier auf Overkill machen musst Konntest du auf jeder Spielzeit machen Wobei ich sag, wir haben es auch auf Overkill gemacht Und es war gar nicht so schwer Ey, Frames drops Ich kriege den scheiß Sniper nicht mehr Da hinten ist der Sniper hab ich gespottet Ja, ich kriege ihn auch nicht weg Und der Baby Deagle ist manchmal echt zu unprezise Oh, ich liebe Jacket Einer meiner Lieblingscharaktere Ja, der ist super Oh Seid ihr auch hattet mal mit zwei Fans? Ich mag beide Ich mag auch beide Eines der Besten Ich sag nur Profilbild Verkämpf mich dort Haben wir schon alles? Ja Ja Was wir nur noch witzig Sekunden warten Warum wir auf den gesamten Zusatz? Da stand ich drinnen Ja, da standen wir alle drinnen War trotzdem nur Rüstungsschaden War trotzdem witzig Bei mir, aber ich hab jetzt halt Was auf, wir holen uns das in Chief mit Jugger Notes Wo keiner saugen gehen darf auf Tourismood Easy Game Mhm, klar Es ist gar nicht so schwer Naja Also sag mal so Wir haben es zweimal Fast geschafft Auf Overkill Nur zu zweit wohlgemerkt Aber du bist sauernd von Cloakert Umgegangen Ja Weißt du, was der Overhammer ist? Reputation beyond reprozen Oh ja Dann geht jemand Wirklich Einen Meter Vorm Van down Schon passiert? Oh ja Ja, das ist passiert Reingeht's Reingeht's Könnt' auch mal noch Oh, los Das war lustig Hashtag Selim Oh ne Torred Ja, das geht auf mich Kann man das kaputt machen? Hat das halt nicht Health? Ja, das hat Health Ja Drei Wart mal, wie viel hat 200.000 Ich seh gar nichts Ja, und ich bin tot Das war ein Punkt für Inspire Aber Na Ja Ja Dann mal los Los Wie lange habt ihr das Spiel eigentlich schon gespielt? Äh, ich bin auf dem Weg zu den 600 Stunden 922 Stunden Alter, schwer Das Spiel ist schon seit der Beta Aber da hab ich's noch nicht so wirklich gesuchtet, weil die, äh, die Mission total buggy war In der Zeit Ah Äh, ah, hier, okay Da ist die Kloka Oh, ich hab'n Kloka gespottet So, Baby Beagle So ist, du machst das Nein, pass auf jetzt hier, wenn da drin ein Dozer ist Meiner Boah, Alter, es blieb alles Einfach mal rein mit der Akimbo-Pistole und dann drauf auf den Dozer Rein und voll drauf da Also, also, was auch ein klasse Achievement ist, ist, ähm, the sound of silence Oh, ja Wie lange habt ihr braucht, bis ihr das bekommen habt? Wir, wir haben, wir haben es auch relativ oft probiert zu beginnen Mal gucken, wann das rausgekommen ist und wann wir das Achievement kommen haben Warte mal, ich möchte jetzt sehen, wie viele Achievements ihr habt Ja, alle? Alle? Ja, natürlich, darüber reden wir die ganze Zeit schon Achso Achso Ich hab' geschworen, ich hab' mit Oliver geschworen, wenn ich im Famous V420 bin, Level 100, dann... Ich hab' geschworen, wenn ich im Famous V420 bin, Level 100, dann mach' ich auch mit Oliver alle Chief-Mats Ich würde dir empfehlen, jetzt schon mal langsam anzufangen, weil das wird dann eine Farce werden Ja, würde ich dir auch empfehlen Not, Not Today ist auch ein Traum Was? Was war ein Not Today? Du musst einen Cloaker, der, der springt, töten, aber es zählt nicht, wenn er auf dich zuspringt, der muss über ein, ein unabhängiges Objekt rüber Oh ja, ich weiß, was du meinst Und, und das, das zu teilen ist... Luck, das ist ein Luck Achievement Ja, du, du musst eigentlich Hermann mit dem Granatenwerfer spielen und dann... Ja... Ich hab' es einfach so bekommen, keine Ahnung warum Ja, weil du gelackt hast, Jan, warum sonst? Ich hab' gar nicht gewusst, dass es so eine Altsyfin gibt Alex? Aris? Kronos? Kronos nicht, oder ist drin? Doch Aris nicht, und Poseidon nicht Ja gut, wenn er's so macht Alles klar Die beide Ja Beide gleich... Das ist auch voll geil, ich guck's mir in die Kameras und sagst du das, die ist drin, schreibst du einer, woher weißt du das? Ich so, naja, Kameras, ey, so, boah, smart Hey, das ist, da ist ne Kamera Ah, die Sache ist einfach, bei diesem heißt, du kannst die Tiere so übertrieben gut verschanzen Ja Ja, ich bin tot Warte Vito Ich brauch'n Back Warte Nein, ich krieg dich nicht mehr Ich hasse es, wenn man in Zweier versagt, ey Das ist so nervig Warte mal schnell, warte mal Ich mach' schnell Ey Ich hab' dir helfen Ich hab' dir helfen Ölfen Leg dir einen Das ist immer ein bayerisches Akzent Eigentlich muss man bei Deathwish eigentlich so machen, dass die zwei Leute Madkit haben und die anderen zwei Leute Munition abtaschen haben, richtig? Nicht mehr unbedingt Wenn du mit Waffen spielst, die wirklich gut per Munijobs auskommst, dann reicht eigentlich, wenn einer Munition spielt Overtrill, wir haben keinen einzigen Back benutzt Ja Ey, ihr habt Dauerfeuer gemacht, ganz sicher Ratatatata Asyl vorbei, einfach Munition auszahlen, fertig Weil Payless da heißt, Overkill plus 145 ist grauenhaft Weil da hat man ja keinen bestimmten Skills, zum Beispiel Aufschreiben und so weiter Oh Gott Aber dafür hab' ich alle Masken im Gold Ich muss sagen, ich hab' mich mit dem ersten Payday nicht so richtig auseinander gesetzt Ich besitze es zwar, aber Zweite besser Dank viele Aber dafür macht halt, ähm, dafür ist Payday so heiß Ähm, ja, hat es bessere Performance, würd' ich mal sagen Alles so Was? Funktioniert doch? Seit diesem Butt-Fix haben wir's noch mal gemacht Und ich hatte so harte Performance-Probleme, dass ich wirklich Emotion-Syffness bekommen hab' Okay Und ich bekomm' das eigentlich nie Ähm, jo, der Hack ist fertig, ne? Ja, dann mach die nächsten rein Jo, schau mal Was ist es? Alles, was wir in Check geschrieben haben, ist es nicht Ja, das kann ich ja nicht sehen, weil... Drück T Hab' ich ja... Ja, Zeus mach' ich Ja, Zeus ist es... Zeus war's nicht Zeus war's nicht Ne, Zeus ist es... Doch, Zeus ist es... Aros und Poseidon ist es nicht Ach so Do you use Payday? Boah, aber ich hab' bei der Beta total Payday gehasst Also Payday 2 Dafür? Ist der Glocke? Der ist kein Bock mehr Der hat Kassel-Pause Kaffee-Pause Der gönnt's sich Mein Kaffee Gib was zurück Ja Na Stell's zurück Da rein und dann passt Ey, mit der Waffe komm' ich eigentlich auch gut klar Nein Oh, war das knapp Das ist eigentlich auch die Waffe von Payday The Highest? Also die Sniper Ich kann mit Snipern bei Payday nicht mehr spielen Den nicht mehr rangeboren Ja, aber die Waffen von Payday The Highest mit denen du früher gespielt hast Die sind mega krass Okay Okay Aber Payday The Highest ist doppelt so schwierig Auch wenn's nur 7 Mission hat Oh nein Natürlich ist das Ding wieder in der letzten Natürlich, das ist immer so Ach, ihr macht das schon Weißt du, wie oft der schon bei Golden Dream Casino hatte Dass der unten im Locker Room war das glaube ich Ja Okay Hallo Klocker Kennst du das, wo du dann unten Im Locker Room Dort Diesen einen rausholen muss Wie der eine Typ noch kontrolliert Und diesen Ja Ich hab' ohne Scheiß Fünfmal in Folge War's der letzte Spin, das ich da geöffnet hab Das hab' mich so angekommen Okay, das ist alles Zeus geht noch Gut Ich helfe dir sofort hoch Warte mal, wo ist Zeus? Da ist Aris Der ist leer Ja, Zeus wird gerade geöffnet Ganz am Anfang ist Zeus irgendwo Diese Passage unten Die ist so leicht Ja, noch 30 Sekunden Ach, ich liebe die Waffe Merke ich gerade Aber Stroflinten ist eigentlich auch mega okay Ja Welche Stroflinte würde ich dir eigentlich am meisten empfehlen Auto Oder Die man nachziehen muss Also diese Die man nachzieht Ja Ich benutze hier die Luftpumpe aus dem GOAT DLC Die ist saugeil Okay, Zeus ist offen Müsste Bild sein Ja, das ist ja auch das Bild Was Ja, wir müssen stacken Was Hast du? Mit der Deckung Bei mir ist hier noch gar keiner von euch im Raum drin Aber egal Ja, ich bin hier da Aber das ist diese scheiß D-Sing Was Payden nicht gefixt bekommt Wenn man zu schnell rennt Da sieht man die einige Leute gar nicht Die hängen immer hinterher YOLO YOLO Nein Ich bin tot Ja, nix zu tun Ja, egal Ich bin ein D-Sing Ja, ich bin ein D-Sing Ja, ich aber nicht Der Noob hängt immer hinterher Ja, das Ja, das Okay, der schwarze Bulldozer ignoriert mich Ist gut Wollen wir, ich leg mal hier Mad-Kit hin Ja, nach oben Da ist drauf Einfach hier, mal schnell Komm Okay, da benutze ich Tschüss Come on I'm keen to meet you all Please Zipline up the shaft My friends My pleasure We can get fitter acquainted later But I feel now Would do No Wenn ihr eigentlich alles im Eine Frage Spielt ihr Payden noch Macht euch Payden noch Spaß Und wenn ihr alles erreicht habt In Payden wirklich Wirklich alles Was spielen die denn noch? Alles mögliche Das worauf man Bock hat Ja Ja Also seitdem Wir damit durch sind Also wir spielen weitaus Weniger Hotmail Miami und Hoxton Macht schon irgendwie Sinn Weißt du dann Das sind dann so wenig so die Tage Wo du dann auch mal sagst Ich hab mal wieder Bock auf nen guten alten Nachtclub Na Äh, Nachtclub laut Ja, macht doch Spaß Ja Ja Ich bin jetzt so jetzt Das einzige was noch an Herausforderung dazu kommt Das sind hier die ähm Munchies Einen Sniper Ja Ja Au Naja Muss Oh Ich hab Gold gefunden Ja, es gibt ja insgesamt 10 Cases Ja, es gibt ja insgesamt 10 Cases Ich wollt ihr das schon mal weg Hier, wir haben gestern hier ähm Ich mach schon Bombe werft laut Deathwish Ich hab noch nie so viele additional loot gefunden in dem Ding Ich hab noch nie so viele additional loot gefunden in dem Ding Au Okay, oben ist Sniper Wann mal, ich versuch ihn zu spotten Ja, eh, krieg ich nicht hin Äh, jo Oh fuck Alter, ich, ich fresse von allen Himmelsrichtungen Das ist Deathwish Hm Komme Lass mich nur unten Alles klar Jan opfert sich wieder fürs Team Ja, klar Loi Loi, doppelt Loi Äh, das waren zwar noch 9 Sekunden, aber Äh, äh Alex, wo bist du? Hier Hier Ich hab ja keinen Inspire, das ist ja das große, große Problem Und Wie sie das lange überleben Oh! Das ist halt auch Nach dem Down gehen hab ich auch noch nicht geskillt Da oben Oliver, sag mir da nochmal dein Deathwish Meinen Akimbo Sachen? Ja Ja, ohne Akimbo halt Ohne das, man Hä? Wenn ich so schnell down geh Dankeschön Yolo Verkommen, ich schaff das Äh, irgendeiner von euch muss da jetzt mal rechts noch das eine C4 anbringen Ja Ja Ja, ja, warte Ich bin jetzt so... Warst du zurweise der? Wie bescheuert das aus Alter Äh, hinter dir Kann ich jetzt... Nee, ich bin jetzt wieder tot Das sind grad zu viele Äh, ja Warte Warte, wir schauen mal Was Sold in progress Okay Na komm Oh, shit Nein Na komm Oh, warte Oben ist der Sniper Ja, der Sniper hat mich Ja, dann kannst du ihn Ja, egal, hol ihn Na, ich muss echt ein bisschen vorstellen, ich muss mich mit dem Schuh wieder tun Ich glaub ich dürfte hier zu nah grau sein, oder? Ja Ja, bist du Äh, ja, der, der Deck liegt da Pass auf Schwarze Dose Oh, fuck Na, ich bleib mir hier oben jetzt einfach weiter, ganz ehrlich Safety ist fast Ja, liegt doch das fast Du musst down Ja, warte Ja, mach dich schon Ich carry durch Das ist ja bald schlimmer als die Bombe im Wald Von wo jetzt? Okay Wieso? Der Wald ist doch schlimmer, oder? Nein, das ist nicht Rückzug Warte mal Bei mir sagt das auch nicht, wann die... Wie viele Spawns noch? Jetzt Ja, jetzt, oder? Warte mal Geht aber so aus Ja, die ziehen sich langsam zurück Ja Gehen schon über den Zaun Na gut, dann müssen wir versuchen, noch einen zu bekommen Ja, okay, einer hat sich ergeben Nice one Boah, jedes Mal der Sniper, ne? Jetzt hast du ihn erschossen Der hätte die Hände bei mir noch Ich hab das nicht erkannt Ich hab das nicht erkannt Jetzt kannst du hier da oben Oh nein Der Skulldozer schaut gerade vorbei Ja, der Skulldozer hat mich Man Alex, ruhig rein Soll's leg weg doch hin Mach ich doch Das ist so krass Ein Schuss Zu einem normalen Erfurchsch-Einheit-Einschuss Pass auf, hinter dir Hinter dir Kann da... Einer das da anbringen Ja, warte Ich schaue es halt raus Ich bin da auch Ja, ich auch, warte Oder komplett weggeflaschen Ich sehe nichts Ja, ich auch nichts Ich hoffe, man steht jetzt relativ safe Ah, okay Einer Fast 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 Warte mal Jetzt hältst du Satellitenschissen Hilfe! Hier ist die Satellitenschissen Direkt Ja, ich hab kein C4 Ja Luba, du hast noch eins Äh, ich hab noch Ich hab noch Ja, du hast noch eins Ach, dann habe ich das von dir bekommen Bescheid Ne, ich bin ja da umgegangen Achtung oben, Sniper Geh nicht drauf geißen Bitte, geh nicht drauf geißen Danke Some scoping bastard forgot to refuel the trooper Look up the fuel, would you? Look up the fuel Geh kilt Ah, ne, was schon Zusatz Loot Schnell Doch, hol da, hol das ganze Loot Da hinten sehe ich eine I've negotiated the horses straight Look around There should be a horses somewhere who's marked out Free that horses They're trying everything into this Hold them off, my friends They'll kill you But they'll fuck me properly Ich sehe keine mehr Wahrscheinlich da oben raus Aber wir können Einzulatschen Ah Also, Level 70 Kram war ein Spielen Aber Man ist keine große Hilfe Hier ist noch eine Oder wollen wir gehen? Ach komm, scheiß so viel geben Ja, ich weiß Aber dann Nicht nochmal suchen Baut halt noch ein bisschen nach Bevor wir halt direkt abbauen Das tut weh Das ist mockt Das tut weh Das ist mockt Ja, wir haben alles Skulldozer Perfekt, da können sie die Flucht durchlaufen Wir haben den gesamten Zusatz-Mut Äh, schon Okay, dann nicht Boah, von wo kann ich denn wieder? Skulldozer und ein Skulldozer ist noch hinten Ja egal, wir können ihn sofort Abbie 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 Ach, warte mal Ihr frisst Scheiß Molotow-Dinger Abbie Abbie Ja, wie heißt der denn realistisch? Mit einer Kugel im Kopf fällst du um? Ne, du bist von vornherein oben Ja Das ist wie bei einigen Fluchtsituationen Du startest direkt down Jetzt steigst aus Bumm, tot Das wär dann der Realismus Ne, aber realistisch wär ja dann Dass man Direkt in den Knast kommt Ohne dass man dreimal down geht Wie wärs damit Realistisch wäre folgendes Du wirst erschossen, bist tot, kommst nicht mehr für die Mission wieder Ende Oder dein Account wird komplett gelöscht Boah, das Spiel wird gelöscht Ja Viel wird immer gelöscht Macht eindeutig mehr Sinn Kaufen sie wieder das Spiel neu Boah, stell dir das mal vor Boah Jetzt aber wenn du endgültig stirbst, musst du das Spiel neu kaufen, ey Boah, das ist ja eine Qual Ey, wie betrallst du denn, ey Oho